Versuchen Sie mal, meine Emotionen zu erkennen. Und wie wird's jetzt? Gar nicht mehr so einfach. Ja, wie viele Emotionen gehen denn verloren, wenn wir so eine Maske tragen? Ja, es ist natürlich schon einiges, das verloren geht, denn unser Gesicht ist unser Primär-Signalsystem. Das bedeutet, gerade im Gesicht über die Mimik zeigen, transportieren wir unsere Emotionen. Und wenn natürlich das halbe Gesicht abgedeckt ist, dann geht natürlich schon viel verloren, was dann natürlich auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben hat. Jetzt sieht man nur noch quasi die Augenpartie. Wie kommunizieren wir denn dann überhaupt noch? Also da ist es wichtig, dass wir, also es gibt ja so Formen des Lächelns. Das eine ist das soziale Lächeln. Und ein soziales Lächeln ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt am Gang an jemandem vorbeigehen, oder sei es im Einkaufszentrum oder im Supermarkt und man nimmt sich wahr, dann gibt es so ein soziales Lächeln. Das bedeutet, dass da letztendlich nur die Mundwinkel angehoben werden, aber die Augen nicht mitlächeln. Und jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt wenn die Maske da ist, dann sieht man dieses soziale Lächeln immer. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, weil wir immer, also wir sind Wesen, die gern Verbindung haben. Und das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo lang gehe und ich schaue Sie an und Sie schauen mich an und ich merke keine Reaktion, dann ist keine Verbindung da und ich kann Sie auch nicht einschätzen. Und das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den anderen einschätzen zu können. Denn die Hauptaufgabe von unserem Gehirn, das ist zu überleben. Und das bedeutet, ich muss sofort, und es geht in 100 Millisekunden, dass ich einschätze, sind Sie Freund oder sind Sie Feind? Und wenn ich das natürlich über ein soziales Lächeln, das zeigt auch, hey, ich bin keine Gefahr für dich, du hast nichts zu befürchten von mir. Und wenn das natürlich wegfällt, dann kann ich nicht einschätzen, sind Sie Gefahr für mich oder nicht. Und dann kommt ein anderer Mechanismus ins Spiel, das ist der des negativen Denkens. Und das bedeutet, dass immer, wenn wir Sachen nicht einschätzen können, dass wir dann in ein negatives Denken wechseln, weil sozusagen wir unser Überleben sichern wollen. Und jetzt, wenn ich Sie nicht einschätzen kann und Ihr soziales Lächeln nicht sehe, dann sind Sie für mich ein potenzieller Feind. Das bedeutet, oh, Gefahr. Jetzt sind wir im Moment wahrscheinlich eher in so einem Ausnahmezustand, wenn wir dann mal das Haus verlassen, oder? Ja, also es ist auch so, dass wir Menschen letztendlich zwei Zustände haben. Ich würde es jetzt mal nennen, so den normalen Zustand, also wenn wir emotional gut drauf sind, wenn wir gefestigt sind, wenn wir uns sicher fühlen und so weiter, dann legen wir unser Normalverhalten an den Tag und dann passt alles. Und dann haben wir noch einen Mechanismus, das ist sozusagen der Ausnahmemechanismus. Und der hilft uns, dass wir eben Ausnahmesituationen, Stresssituationen, Gefahrensituationen meistern. Beispiel, Sie gehen jetzt die Straße entlang und sehen jetzt ein Auto ganz schnell herfahren. Was machen Sie? Ja, Sie hüpfen weg. Und das ist okay, Sie sehen, Sie haben Angst, oh, Flucht und gehen dann weg und sind aus der Gefahr draußen. Jetzt können wir aber allgemein sagen, dass die Menschen jetzt gerade über die Medien, über die, wahrscheinlich auch Gespräche mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie und so weiter, sehr stark oder sehr oft in diesen Ausnahmezustand kommen. Weil natürlich viele Leute Angst haben, gibt es meinen Job noch, habe ich meinen Arbeitsplatz noch, kann ich meine Rechnung bezahlen, kann ich meine Miete bezahlen und so weiter. Und viele Menschen dann durch dieses Denken oft schon in diesen Ausnahmezustand kommen. Und der natürlich dann ganz andere Mechanismen in uns hervorruft, als wenn wir sozusagen in dem Normalzustand sind, wo es uns emotional gut geht. Und da gibt es in diesem Ausnahmezustand, da gibt es so fünf Mechanismen. Der erste ist die Schockstarre, dass ich wirklich so schaue und nicht mehr weiß, was los ist. Ich halte mich ruhig. Der zweite ist dann die Flucht. Ich versuche wegzukommen von etwas. Der dritte wäre dann das Beschwichtigen, dass ich wirklich sage, okay, wenn ich jetzt einen Angriff hätte oder so, wirklich beschwichtige. Das vierte ist dann, dass ich ins Kämpfen gehe. Also wirklich die potenzielle Gefahr versuche, aus dem Weg zu räumen. Und das fünfte ist dann das Totstellen. Und das macht der Mensch auch. Das macht der Mensch. Das sehen Sie in Business-Meetings. Das sehen Sie aber jetzt auch zum Beispiel im Supermarkt. Beispiel ist das mit den Klorollen. Es gab ja jetzt eine Situation, gerade wo das so angefangen hat, mit den Hamsterkäufen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Menschen in diesem Ausnahmezustand sind und letztendlich, wenn sie da drin sind, eher an Schutz denken, an sich denken. Und dann natürlich, wenn jetzt da eine Klopapierrolle ist und da sozusagen mein Feind, der die Klopapierrolle will, ja dann kämpfe ich um diese Klopapierrolle und schaue, dass ich die bekomme und nicht mein Gegenüber. Und das, glaube ich, merkt man verstärkt, dass Menschen mehr und mehr in diesem Ausnahmezustand sind und nicht so oft im Normalzustand. Und dadurch kommen oft schwierige Situationen zutage und natürlich auch oder noch mehr, wenn wir jetzt die Maskenpflicht haben, weil man dann den anderen eben noch weniger einschätzen kann. Das heißt, die Maske ist dann in dem Fall kein Schutz, sondern eher negativ, oder? Also es ist ein Schutz, vielleicht jetzt so für die Infektion oder so, ja, das kann ich nicht beurteilen. Ja, nee, zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich ist es, aus meiner Sicht ist es hinderlich, weil wir Menschen Wesen sind, die uns gerne, also wir verbinden uns gerne, wir sind gerne in Verbindung. Und wie können wir Verbindung aufbauen? Das können wir machen eben über Körperkontakt, der im Moment nicht erlaubt ist. Dann können wir Verbindung aufnehmen über die Augen, ja, das wäre gerade erlaubt und natürlich auch über das Lächeln, ja, das ist etwas, was eine sehr starke Verbindung schafft zwischen uns. Und jetzt fällt natürlich das weg, wenn ich es so machen darf, und jetzt bleiben die Augen. Und jetzt ist es wichtig, wie gehe ich sozusagen mit dem Rest der Mimik um, der noch sichtbar ist. Und viele Menschen, die fokussieren sich da nicht so drauf oder haben nicht das Bewusstsein dafür, dass sie wirklich stark mit ihrer Mimik arbeiten können oder sollen, gerade in dieser Zeit. Und verhalten sich vielleicht sonst so wie immer und machen sehr viel auch mit dem Mund, eben zum Beispiel das soziale Lächeln, und das kommt jetzt gerade nicht an. Und deswegen wäre da ein Tipp, dass man wirklich mehr mit den Augen arbeitet und vor allem auch mit den Augenbrauen. Die Augenbrauen sind nämlich auch so eins der wichtigsten Signalgeber in einem Gespräch. Kann man das trainieren, dass man mehr mit den Augen und eben auch mit den Augenbrauen interagiert? Also ich denke, dass es da Menschen gibt, die allgemein eine ausgeprägtere Mimik haben und welche, die vielleicht weniger Mimik haben. Wichtig ist, denke ich, sich das bewusst zu machen. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt bin und habe diese Maske an, dass ich eben nicht nur dieses soziale Lächeln zeige, wo sich die Augen eigentlich gar nicht rühren, weil dann sieht es der andere nicht, sondern dass ich mich vielleicht einen Ticken mehr anstrenge, um sozusagen ein bisschen mehr zu lächeln, weil dann kontrahieren die Ringmuskeln um den Augen. Man sieht dann die Krähenfüße und man sagt dann auch, die Augen lachen mit und das ist dann was, was man auch mit der Maske sieht. Wie ist denn auch mit der Geste? Kann man das vielleicht auch trainieren, dass man auch ein bisschen einladender und offener und weniger als Feind gesehen wird im Supermarkt? Ja, es ist natürlich auch was, also wenn man die Körpersprache insgesamt sieht, ist natürlich die Mimik so ein Kanal, wo wir, also ich habe es vorher schon mal als Primärsignalsystem genannt, also es ist auch schon bei Kindern so, dass wir als Kind, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann schaue ich sofort zu meinen Eltern und sehe dann in der Mimik, ist es okay, was ich mache oder ist es nicht okay. Und letztendlich ist es so im Erwachsenenalter genauso. Ich mache was und suche mir letztendlich die Bestätigung in der Mimik und sehe dann, wie fühlt der andere oder wie geht es dem anderen gerade damit, weil ich das gemacht habe. Und das ist so eine Rückkopplung, die brauchen wir als soziale Wesen. Und jetzt, wenn die wegfällt, gibt es natürlich noch andere Kommunikationskanäle, die man nutzen kann. Zum einen die Gestik, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass ich vielleicht einladendere Gesten mache, dass ich da mit mir arbeite, dass ich eben mit dem oberen Teil des Gesichts, aber mit den Augenbrauen, positives Zeichen ist, die Augenbrauen hochzuziehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden begrüßen möchte oder so. Aber auch mit der Stimme dann zu arbeiten, dass ich wirklich auch schaue, dass ich nicht nur überlege, was möchte ich transportieren, sondern auch, wie möchte ich es transportieren. Beispiel wäre jetzt, wenn ich Ihnen ein Kompliment mache und sage, schöne Ohrringe. Dann ist es vielleicht rational gesehen oder von den Worten her gesehen, ist es ein Kompliment. Eigentlich positiv, aber kam jetzt nicht so an. Okay, gut. Und dann merkt man auch, dass dieses Emotionale, also dass das das Gesagte einfärbt. Und das Emotionale ist sozusagen auch in einer tieferen Hirnschicht bei uns verankert, also überhaupt die nonverbale Kommunikation. Und Sprache gibt es erst seit ungefähr 40.000 Jahren. Deswegen achten wir Menschen mehr auf körpersprachliche Signale. Und jetzt, wenn ich eben so ein Kompliment mache, wie jetzt gerade, dann achte ich mehr auf den Stimmklang als auf die Worte. Und da ist so ein Tipp von mir eben auch bewusst, die Stimme einzusetzen und so einzusetzen, dass es auch zu der Intention, also ich möchte ein Kompliment machen, dass ich das dann auch mit einer Stimmlage sage, die einem Kompliment würdig ist. Ja, gibt es vielleicht auch mehr Konflikte, weil man durch die Maske entweder vermeintlich oder wirklich leiser spricht, dementsprechend dann lauter spricht und dadurch auch schon aggressiver wirkt? Kann natürlich sein. Und das ist wirklich so dieses Sich-Bewusst-Machen, auch so zu merken, wie wirke ich denn? Das ist im Alltag ohne Maske eben auch schon wichtig, dass ich mir da Gedanken mache oder gewisses Bewusstsein dafür habe, wie ich meine nonverbalen Zeichen sozusagen einsetze. Jetzt durch die Maske natürlich noch mehr, weil es kann natürlich sein, dass manche diese Maske als Hinderung oder als Hindernis sehen und dadurch lauter und vielleicht energischer sprechen und dadurch das Gesagte eben mit einer ganz anderen Emotion kodiert wird, als vielleicht gewünscht ist oder gedacht ist. Und deswegen da wirklich so bewusst darauf zu achten, wirklich auch die Stimme so einzusetzen, wie die Intention ist. Jetzt haben wir ja soziale Interaktionen nicht nur im Supermarkt, sondern gerade in letzter Zeit vermehrt über Videokonferenzen. Ist ja eh schon schwierig, durch den Bildschirm da irgendwie Verbindungen aufzubauen. Kann ich das dann da auch besser machen, dass ich vielleicht näher dran bin an meinem Gesprächspartner? Also das ist natürlich auf der einen Seite ein super Medium, wo ich sage, okay, gerade in der jetzigen Zeit ist es super, auch diese Möglichkeit zu haben, weil eben auch nonverbale Kanäle, also körpersprachliche Zeichen sozusagen übertragen werden. Aber da gibt es natürlich auch ein paar, wie soll man sagen, ein paar Fallstricke, wo man aufpassen sollte. Und zwar ist ein Fehler, den viele machen, ist, dass viele auf den Bildschirm schauen, obwohl die Kamera ganz woanders ist. Jetzt schaue ich auf den Bildschirm, die Kamera kommt aber von da. Das bedeutet, mein Gesprächspartner sieht mich nur von der Seite und merkt gar nicht, dass ich ihn eigentlich anschaue, weil ich ihn ja auf dem Bildschirm anschaue. Deswegen ist da ein Tipp und der ist ganz, ganz wichtig, wirklich in die Kamera zu schauen, um dem anderen wirklich den Eindruck zu geben, hey, ich schaue dich an, ich schaue dir in die Augen. Und das ist ja auch eins der Möglichkeiten, wie wir Verbindung aufbauen und das kann ich eben da schon machen. Eine zweite Möglichkeit ist noch, viele Menschen machen so einen kleinen Ausschnitt, vielleicht nur vom Gesicht. Und das ist natürlich schön, weil man dann die Mimik sieht, nur der Rest des Körpers bleibt verborgen und der transportiert aber auch ganz, ganz viel Emotion oder auch Bedeutung. Und da wäre der Tipp so, den Ausschnitt ein bisschen weiter zu wählen, sodass man eben auch vielleicht die Brust sieht und auch mal die Gestik und auch mal das Bewegen, weil das auch wieder Informationen überträgt und natürlich das den anderen besser einschätzen lassen kann, wie das Gesagte gemeint ist und wie es rüberkommt. Alles klar, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ja und einen Vorteil hat die Maske auf jeden Fall, man bräuchte eigentlich keinen Lippenstift.